Nähe schafft soziales Miteinander. Lange Zeit ging der Trend raus aus der Kommune, raus aus dem urbanen Umfeld. Nun ist man draufgekommen, dass es bereits wieder eine Trendumkehr gibt. Der sogenannte Kaufmann ums Eck ist wieder in. Allein die Begriffe nah und frisch deuten an, was der Markt für die Zukunft ist. Zum symbolischen Grundstein gehört der Baustein. Man kann ihn erwerben und damit eine tolle Aktion unterstützen. Mit dem Erwerb eines Bausteines wird das vom Verein Unser Geschäft in Paar Schlug initiierte Projekt Unser Geschäft für unsere Leute unterstützt. Wir haben uns in Paar Schlug überlegt, nachdem wir ja seit 1.1. zur Gemeinde Kapfenbeck gehören. Wollten wir aber die Nachfrage nach einem Nahversorger aufgreifen und haben uns zusammengetan und haben auf privater Ebene einen Verein gegründet. Und unter dem Motto Unser Geschäft in Paar Schlug, Unser Geschäft für unsere Leute, haben wir dieses Nahversorgungsgeschäft an dem Standort wieder eröffnet und haben mit der Bevölkerung in einer Bausteinaktion diese Geschäftseröffnung realisieren können. Das heißt also, Baustein kostet glaube ich 100 Euro und der kommt dem Verein zugute. Heißt das, dass jetzt dieser Baustein, wenn ich ihn kaufe, ich ihn verschenke? Nein, das heißt es nicht. Diese 100 Euro, auf Basis eines 100 Euro Bausteines sind wir an die Bevölkerung herangetreten und auch an Vereine, Institutionen. Und dieser 100 Euro Baustein ist quasi nur eine Vorfinanzierung. Im Zuge von einem dreijährigen Rückführungspaket wird dieser 100 Euro Baustein in Form von einem 30 Euro Gutschein im ersten Jahr, einem 30 Euro Gutschein im zweiten Jahr und im dritten Jahr mit einem 40 Euro Gutschein rückgeführt. Das heißt, die 100 Euro werden eins zu eins wieder in Einkaufsgutscheinen umgesetzt. Die Bevölkerung kann dann eben nach einem, nach zwei, nach drei Jahren damit einkaufen und es ist quasi nur eine Starthilfe für den Verein. Und man spricht ja bei vielen anderen Modellen auch immer von Bürgerbeteiligung und das ist ein wirklich greifbares Projekt. Und die Leute haben wirklich für ihre 100 Euro Einsatz dann wirklich was in der Hand und können selbst aktiv mitwirken und so einen kleinen Beitrag leisten, dass wir in einer strukturschwächeren Region oder in einem strukturschwächeren Ortsteil wie bei Schluck auch ein Geschäft führen können und damit die Nahversorgung sichern. Der Kreisler um die Ecke hat man früher einmal gesagt, den hat es gegeben, dann ist die Bildfläche verschwunden, die Großmärkte haben alles verdrängt. Und jetzt kommt man wieder drauf, wie wichtig es ist, nahversorgt zu werden. Ja, es ist eine super Geschichte, dass es da wieder einen Nahversorger gibt. Ich finde das echt spitze. Wie gesagt, heute gerade auf dem Einkauf noch schnell unterwegs für die Frau noch das ganze Bockzeug und das alles kaufen. Passt genau. Ich finde das echt eine Top-Geschichte. Nähe schafft Lebensqualität. Nähe sichert die Zukunft. Nähe sichert Qualität. Nähe versichert Versorgung.